Zum Glück wart ihr schön an der Wand. Nein echt Leute, ist aber super Taktik sonst. Sonst macht das ganz gut. Aber jetzt ins Bett, ne? Api, Hopi, Galoppi. Der war gut. Das hört sich nach normalen Schüssen an. Ja. Sehr gut. Ja, da hinten rennt was. Der wird hier irgendwo hängen. Siehst du ihn? Vorne, links. Da. Jaja, ich geh zu dem links, ich geh links rum. Also frei. Naja, ist ok. Krieg ich seine Heilung noch mit? Ne. Das war's. Erst weg. Oh, Heilungs-Ulti. Alles klar, schön hinterher renn. Scan ist raus. Und weg. Und biep. Zwei gegen zwei Leute, beschwert euch nicht, dass wir fair. So. Da liegt noch mehr Loot. Holt, du rufst, ach ne, ich muss rufen. Ich bleib jetzt einfach mal ganz provokant hier stehen. Das Ausfliegen, dann kommen die wieder. Ich denke, anders kommen wir jetzt nicht an die Rangstufe ran. Hast du da Kontakt? Ne, ne, ich hab nur den Mob hinter dir. Warte, wir haben hier ein paar Mobs von hinten. Das ist, ich weiße. Immer weg. Einer ist weg. Weg. Ulti gepoppt. Aufpassen. Haltung ist geschmissen. Auslaufen. Du brauchst noch nicht schießen. Geht gleich. Gleich. Noch zwei Sekunden oder so. Oh, jetzt. Deckst du mich mal eben? Ja, der hat ganz gut reingehauen. Aber er hält halt nichts aus. Ich bin down. Komm mal schnell her. Komm mal schnell her. Danke. Danke. Nochmal danke. Ich bin down. Was? Was ist geiles? Ich bin down. 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 Oh, er hält was aus. Warum? Oh, er hält was aus. Warum? Ich bin down. Handgranaten einsetzen. Ich bin down. 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 Der war gut. Ja, hier sind aber Warps. Fast. Hast du gerade Heilung? Ich hab Heilungen gepoppt irgendwo. Das ist Finder. Hier, Iber. Iber. Hast du ihn? hab ihn ich kann gerade nichts machen Ulti ist gezogen Heilung kommt Heilung liegt hier den ersten, der an der Wand steht direkt runter, Ponyboy wir haben ein Ulti aktiv mach ihn down weg ist er jetzt kommen die Mobs scheiße ich kann nichts machen wir müssen rein wir müssen rein nimm mal den Scheiß rein, komm andere Seite wieder raus und rechts weg da sind wir gar nicht mehr sind wir auch nicht, warum wir bleiben hier da ist einer pass auf, der will abschneiden doch nicht mehr ich glaube die wollen es wissen das war's oh das war ein guter na egal, jetzt sind sie alle tot ich habe nur einen gezählt gekriegt ach nee, die waren ja Rook ja was hatte der denn vor also ich habe gedacht der rennt da mit Ulti ran keine Ahnung ich würde es glaube ich mal probieren warte mal, ich habe noch was grünes gekriegt ich muss wieder abgeben ich kann so weiter gehen was war das denn für eine Aktion also das war und dann, weißt du, bei einer Sekunde so ja das war ein bisschen Fade so, machen wir denn die zwei da stehen sie ah, ein bisschen nah am Secure-Bereich hier weg weg oh erste alright ahhh, da kommen andere Rooks hey hinter uns ne? was? die könnten aber gleich da hinten sind sie da einer sie nur ein weg weg wir müssen weiter weg ich habe den einen tot gemacht eben ich habe zwei leute habe ich getötet gerade wenn ich den einen mein ich auch den anderen auf den kiesel siehst du den ganz hinten der weiten abgekapselt ist und die wohl die haben alle defulti drin gerade passt bitte auf wir sind zurückgehen laufen die rohme ich habe die heilung nächsten habe ich einer fehlt noch oder nicht links weggelaufen das ist der andere weg ich hab keinen skil jetzt na scheiße weg ist er weg weg da hinten ist es glaube ich ich sitze schon wieder zu treu beschießen hier aber warte mal die bergung hier oder was da ist noch einer das ist ein mpc nicht durch mich durch auf die anderen was wo 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 hinter mir sind die kommen die gleich ich höre hast du gerade eine heilung gespust hinter uns hinter uns von rechts kommen die ich habe ihn ich habe mich überraschend ich habe mich rechtzeitig das hat wieder ich habe mich geführt ich habe mich Und weg bis hier Ich auch Drei auf hier Lauf mal nach oben Haben auch Ulti gepoppt Bis oben Das ist hier zum Checkpoint Das war irgendwie eine Querstraße weiter Dann komm ich da sofort raus hier in die Bunde noch Okay Kann aufstehen Ich weiß nicht wo ich den rennen muss Ja Ich komm einfach raus Komm raus ich bin hier Ne du bist doch du bist da Komm raus bitte die sind hinter mir direkt Das wars Ach komm ist alles für den Arsch man Are you listening Damn Ja 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 Ja